Der Tod eines Mannes ist eine Tragödie. Der Tod von Millionen, kaum mehr als eine Zahl. Das ist, zusammengefasst, die Mathematik des Krieges. Manchmal ist jedoch nur der Tod eines Verbrechers notwendig, um tausende Leben zu retten. Heute werden wir tausende retten oder mit ihnen sterben. Laut Berichten ist vor wenigen Stunden eine Chemieladung am Bahnhof eingetroffen. Von Ritter, überwacht die Entladung persönlich. Bewegung! Mir nach! Bewegung! Doloros, die Kisten müssen noch vor Mitternacht in den Lagern sein! Aufgepasst, verdammt! Das sind keine Kartoffeln! Verdammt! 너무 Kosten! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Auf die Sicherung genommen! Sehen Sie, Genosse Kaufmann. Wir machen sie kaputt und die reparieren sie wieder. So schade, dass wir keine Zeit haben, um uns zu suchen. Aufgepasst! Da oben! Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist er! Er geht euch das Zor, Genosse Hoppmann! Genosse Hoppmann, wir müssen ihn schnappen! Ausgepasst! Granate! Overhead! Aufgepasst! Ritter, hören Sie mich! Machen Sie auf! Kommen Sie raus da! Verdammtes Kommunistenschwein! Ich ergebe mich niemals! Genosse Kopp, wir haben die Dokumente. Die Chemikalien zur Produktion des verdammten Gases sind unterwegs nach Kotelnikovo. Gut, Herr Junge. Jetzt wissen wir genug. Und was von Ritter betrifft, wir haben ein kleines Geschick. Und was von Ritter betrifft, wir haben ein kleines Geschick.